Willkommen zu Fridum Episode 4 Folge 3 Folge 4 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 was? boah alter wow nicht wieder immer da runter, da sind keine Schlüssel ok ich hoffe wir müssen sogar da runter, andere Wege gibt es hier jetzt erstmal nicht gut, dann war es das? ich hoffe doch ah yay heißt also bei dem Level können wir die ganzen blauen Türen schon mal öffnen, das ist schon mal sehr schön äh, wie geht es weiter? boah alter, von da oben so einer Oh, alter Das ist was von Secret. Wow. Das war's für heute. Wenn ihr gerade genau hingeguckt habt, man hat hier unten, bei dem Blick hat man hier unten so gelb-schwarze Linien gesehen. Also so eine, kennt man vielleicht aus Amerika diese gelb-schwarze Absperrung, die immer so leicht schräg ist, also diese schrägen, gelb, schwarz, gelb, schwarz, hat man hier unten gerade gesehen. War also nicht schwer zu erahnen, dass da ein Secret-Hunter ist. Hä? Habe ich mal gewartet? Ne, doch nicht. Hab gerade die Location verwechselt. Oh, hier ist auch wieder was hinter. Wow! Wow! Yeah! Werde ich das zwar wahrscheinlich nie benutzen, weil Mord ist gefährlich für einen selbst, aber trotzdem geil. Warum sehen die mich, ey? Ich verstehe den Sinn von diesem Unsichtbarkeits-Ding nicht. Das ist so sinnfrei einfach. Schade. Okay. So, irgendwo war noch so ein kleiner Raum. So ein kleiner Gang. So war der da. Ähm, ja. Er muss noch speichern, ja? So, der geht... Ah! Ah! Ich hasse sowas. Ah! 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 Hm! Ähm. Okay, ganz schön langer Gang. Oha. Das war klar. Ah! 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 Manche Sachen ändern sich nicht. Es gilt halt immer noch, wo Dumm draufsteht, ist halt Dumm drin. Kein Sequel, kein Nies, kein gar nichts. Es ist doch einfach. Ah! 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 Oh! Da kommt man wieder aus dem ganzen Konstrukt raus, dann hole ich mir aber lieber erstmal meine Munition ab. Die da. Dankeschön. Okay, ein bisschen bräuchten wir, ne? Aber guck mal, ob hier noch was rumliegt an Munition. Und was war hier? Achso, ja genau. Das heißt also, im Zweifelsfall haben wir auch noch... Ach ja, hier ist auch noch was. Gut, dann heißt es also, wir kommen auf jeden Fall nochmal zurück. Denn der Teckelschirm hebe ich auf jeden Fall noch nicht auf. Das wäre eine grandiose Verschwendung von mindestens 60 Schuss. Das ist nicht tragbar. Nicht haltbar. So, dann gehen wir mal hier lang und gehen mal rein. Achso, jetzt die andere Seite. Leck mich doch. Kein Respekt mehr. Hä? War da nicht die gelbe Karte hinter? Ja klar, da war die gelbe Karte hinter. Lol. Wir haben jetzt die blaue Karte bekommen. Aber sonst auch noch nichts. Wo ist denn blau? Äh... Ach ja, genau, blau war da hinten. Gut, hat sich jetzt mittlerweile der Raum... Äh, wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Äh, äh, da. Ah. Hier waren wir ja noch gar nicht. Nicht reden, sondern schießen, Junge. Wow, der Raum war echt aufschlussreich hier. Was ist jetzt hiervon? Äh, naja. Ich würde ja gerne reinigere Munitionen holen. So viel schöne Munitionen. Ah ja, was soll's. Okay, ähm... Blau. Nein. Was? Muss ich denn jetzt lang? Hallo? Wo kamen wir her? Wir kamen von da. Ach ja, es war der Raum, ja. Ich hör was. Ja, ja, ich hab euch gehört. Sag mal, wird der nicht filmen, wir müssen durch die Brühe dadurch. Oh man, ich will das nicht. Gibt's irgendwo mal Sequels, wo man so ein Ding hinterher ist, so ein, so ein, so ein, so ein ABCs tut? Ah Gott. Ah ja. Hat sich wenigstens gelohnt. Von daher... Wollen wir mal nicht so sein. So, blau war jetzt wo? Hier. Nein, bleibt da. Da war blau. So, wir haben noch 100 Gegner vor uns. Okay. Hä? Was ist jetzt auch hier? Da sind wir schon wieder da vorne. Da hinten ist ein Dingsabumpster. Aber was macht der Raum jetzt hier? Ist doch gar nicht in dem Raum. Ach, nickt mich. Wir brauchen immer noch einen roten Key. Wir haben weder einen roten noch einen gelben Key. Gut, dann gehen wir jetzt erstmal in den komischen anderen Raum da. Kurz, wenn man sich da mittlerweile was gelowert hat. Boah, das war jetzt ein Spot verschwendet, aber egal. Nein, noch nicht. Oh, ich verstehe das nicht. Was müssen wir denn jetzt hier machen? Oh. Oh. Draußen geht langsam die Sonne auf. Sehr schön. Dennoch habe ich keine Ahnung, was ich jetzt hier machen muss. Oh. Oh. Von der kam ich gerade. Oh. 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 Was schon? Guck uns, was wir jetzt hier machen? Hm. Hm. Okay. Okay, ob ich jetzt hierine Reihe weMail ist. Oh. Oh. Oh, als ob eine Grüße mal im Dorf. Für auch forgotten der Bar Kia. Wo sind die Erpreоватьh flipen Sie aber. Sie haben alle denn schon wieder Omkath ζiert? Die scrapundheit ist ausp � de Satz, wo geht es um die Töge? ich bin gerade ein bisschen irritiert gut, ich geh mal nochmal runter vielleicht war noch irgendwas, was ich übersehen habe weiß man ja nicht aber hier war nex überall nicht so gut 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 und gut Das Ding, wo war das? Da hinten war es. Nein, da. Ah, ist jetzt offen. Hä? Hä? Weiß ich nicht, weiß ich nicht drin? Ach, da kam ein Gegner raus. Ach, leck mich doch. Was zum Geil muss ich jetzt nicht machen? Ja gut, das hätte sich dann geklärt, hätte sich das dann. Interessant. Ja, verstehe ich voll. Habt nach Hause. Okay. Boah! Leute! Ihr wollt mich doch vergewaltigen. Boah! 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 So, jetzt haben wir den gelbsten Schlüssel, jetzt werden wir endlich mal weiter und zwar dahin. Äh. Ah, bleib auf. Wow. Sieht optisch schon echt ansprechend hier aus. Was? 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 Vielleicht so rum. Jawoll. Nice. Gibt's hier auch was Sinnvolles? Naja, ein bisschen Healthpack. Was ist hier so? Oh Gott. Hoffentlich lohnt sich das Ganze. Naja. Nee, nicht wirklich. Das gibt's doch kein Healthpack, keine Suit, kein nichts, kein gar nichts. Alter, zwölf Secrets gibt's in der Map. Alter. Nee, komm. Nein. Nee, nee. Nein, nein. 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 Ach so, ob es ein Healthpack oder sowas gegeben hätte, okay. Aber so? Nein. Ach so. Aber auch. Komm mal her. Hört man hier rauf? Ja, hier rauf man rauf. Oh, Alter. Alle tot? Gut. Ah. Oh. Hm, ok. Nein, das war's. Was? Digga, was ist denn jetzt her? Oha, oha, oha. Das riecht doch irgendwie schon wieder nach Falle. Aber auch klar. Tschüss. Oh lol. Wollt ihr mich ficken? Alter, ihr seid doch krank. Ja, da ist man auch. War doch klar. Was? Ach, scheiße. Ich glaub, ich hab grad die Map kaputt gemacht. Ah, doch nicht. Alter, was denn? Was ist denn? Bla, 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 bla. Oh, komm her. So, Pinky ist weg. Der ist noch ein Pinky. Na gut. Geh ich erst mal auf erhöhte Position. Guck mal, ob ich hier weiterkomme. Nicht wirklich. Na komm. So. Perfekt. So, wir brauchen dringend Rüstung. Aber hier liegt ja auch diese blaue Rüstung. Ich hoffe mal, wir kommen früher oder später an hier ran. Das wäre nämlich sehr liebreizend. Genauso hole ich mir auch gleich mal dieses Pack, was wir noch hatten. Dieses Clip Pack. Können wir jetzt mittlerweile auch gut brauchen. Wo auch immer das noch mal war. Ach ja, äh, da muss... Nein. Da musste ich lang und dann... Nein. Ja. Oh Gott, voll verwirklicht das gesamte Spiel. So, und jetzt, äh, wo war das? Nein. 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 Äh. Da kann ich nicht um den Kreis reisen können. Das kann das sein. I want in a circle, I have a circle. Und da. So. Da hat es sich immer gelohnt. Geht doch. So, und jetzt auch nach Hause. Nein, ich bin nicht weiter. Ich dachte schon. Halb, da. So. Alles was wir jetzt noch brauchen ist die blaue Rüstung. Und wir haben jetzt noch 20 Gegner vor uns. Rot, wir brauchen was rotes. Achso, wir können aber direkt in den Sequel, oder? Kann das sein? Ja, kann man da rein? Ja doch, klar. Eben, da standen wir ja schon davor. Eben, alles was wir brauchen ist der rote Schlüssel. Und natürlich die blaue Rüstung, die ich gerne hätte. Ihr schaut mal, da kommen wir nach oben hier ran. Alles andere wäre etwas untroffig. Nein, hier kommt man nicht rauf. Und jetzt. Oh! 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 Gott, wir kommen mal an die neue Rüstung. Hier drin war schon mal nichts, was irgendwie in die Richtung ging. Hä? Was ist dem los? Ich hab echt keiner... Ich hab grad echt keinen Plan. Haben wir noch irgendeine blaue Tür oder sowas? Gut, wir gehen mal noch mal in den gelben Raum. Vielleicht gibt's ja doch noch was interessantes. Was? Was hat jetzt der Schalter gemacht? Ob der Hitze kommt, ist aber über diese Brühe, aber daraus ist ja nichts wirkliches. Hat der jetzt meine geliebte Tür geöffnet? Mein geliebter Secret? Das wäre natürlich herzallerliebst. Ah, scheiße. Nein, hat er nicht. Ach Gott. Wer auf so viel verlangt gewesen? Ja. Ich will mein Secret haben. Ich will mein Secret haben. Okay. Wir müssen nochmal hier nochmal gucken. Also. Erstmal speichern. So. Ich will die blaue Rüstung haben. Das heißt, ich werde dafür alles in Kauf nehmen. Und da zum Beispiel ist so ein weißer Strich. Das heißt, da ist irgendwas. Und in Anbetracht dessen, dass sowohl da ein weißer Strich ist, als auch da ein weißer Strich ist, gibt es hier hinten rum wahrscheinlich noch irgendeinen Weg. Die Frage ist, wie kommen wir denn in diesen Weg ran? Hier ziehe ich keinen weißen Strich mehr. Das heißt, er dürfte doch nichts sein. Kommt man von unten irgendwie ran? Allerdings unten fehlt dieser Außenbereich. Das ist alles, was da unten ist. Gut, ich versuch erstmal da in dieses ... ... ... zu gucken, was hier ist. Oh! Wow. Nichts, was uns was gebracht hat. Ah, super. Ich will da oben ran. So, jetzt nochmal zu den beiden Strichen. Der eine Strich war ... ... direkt beim Secret. Der andere Strich war ... ... hier unten. Äh, da. Wenn ich dann wüsste, wie ich diese Striche irgendwie aktiviere oder aufmache oder whatever ... Äh, danke. Kann doch nicht wahr sein. Kann doch nicht wahr sein. ... Nein. Äh ... Ich verstehe doch nicht. kurz mal gucken, ob wir irgendwo noch einen Schalter übersehen haben aha, da hinten unten ist noch was Weißes also wieder bei dem gelben Bereich ach ne, ist der Schalter was macht der Schalter? ach so, ja klar, der öffnet sich die Tür Mensch, mal halt hm hätte ich grad schwören können, ich hab gehört, wie sich was schließt ich weiß ja nicht, du hast fast trotzdem diese Brühe zugeben äh 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 so so nein, ich denke, oh wow genau in die Brühe gelaufen das bringt hier gar nichts, der Bereich das ist ja keine Ahnung oh Mann, ey ja gut, wisst ihr, war's ganz ehrlich fuck off ja ja nein nein Ist hier noch ein paar Gewehrmunitionen? Ja, danke. Wir gehen nach Venisieren. Ist zwar schade um die blaue Rüstung, aber gut, was soll's. So, gut, in dem Sinne, schau mit V.